Mit unserem Antrag Vertrauen ist bestätigt, Kontrolle ist notwendig, möchten wir eine Überprüfung der Personeneintragung in den Dateien des nordrhein-westfälischen Verfassungsschutzes erreichen durch eine unabhängige Kommission. Hintergrund ist, dass eine Überprüfung der Dateien des niedersächsischen Verfassungsschutzes ergeben hat, dass dort 40 Prozent der Eintragungen fehlerhaft, teilweise illegal erfolgt sind. Daraufhin hat der bremische Innensenator eine Überprüfung der bremischen Dateien veranlasst. Das Ergebnis ist bisher nicht bekannt. Wir möchten hier, dass in Nordrhein-Westfalen die Daten des Verfassungsschutzes überprüft werden. Wir hatten letztens noch durch eine kleine Anfrage herausgefunden, dass hier über 534.000 Personendaten gespeichert sind. Die müssen überprüft werden. Das ist der Hintergrund unseres Antrags. Wir fordern transparente Ergebnisse und Mitteilungen an die Betroffenen, wenn fehlerhafte Eintragungen festgestellt wurden.